Hallo meine Freunde zu einem neuen Let's Play, ich bin hier schon im D-In-Light drin und ja, ich sehe hier auch krass, ich bin hier irgendwo im Nirgendwo, ähm ja, ich weiß selber nicht genau, wo ich jetzt gerade im Game bin, ich weiß nicht ob hier die Zombies sind, nein hier sind keine Zombies, ah! Okay, nein hier sind keine Zombies, und es soll noch eine Ankündigung kommen, und zwar ich gehe heute Black Ops kaufen, ja, Black Ops gehe ich heute kaufen, ich freue mich schon richtig drauf. Und wir gehen hier jetzt gerade immer noch am Werk, bis etwas Spannendes passiert, nur ein Witz, wir gehen jetzt hier hoch, Also erst mal, und dann hier auf, und dann ab, und mal ein Angst, wegen dem Geräusch, das wollte ich eigentlich nicht, dass Geräusche kommen, im Hintergrund, doch da... Ich kann jetzt nicht mehr, oder? Wenn du denn so ein mega-aggro-Tippel... ...kirrwum? ...wies doch typisch... ...mit deinem Händen nach vorne... ...schkorten... Schnell die Waffe wachsen! Eine Axt! Dann ist die Axt! Dann ist die Axt! Entschuldigung nochmal, wenn die Geräusche von oben die Nachbarn sind ein bisschen zu laut und wenn dann ich denke es ist jetzt auch so tut mir auf jeden Fall leid falls es euch stört es tut mir richtig leid aber es geht gar nicht eigentlich so wir sind hier jetzt gerade immer noch da Zombies abscheuchen doch jetzt sage ich adieu und bis zum nächsten Play wir würden uns vielleicht noch bei GTA Online sehen und bei Black Ops heute 100% Black Ops ja tschüss und tschüss tschüss und